So viele Christen da draußen wollen unbedingt eine Beziehung und deshalb halten sie ihre Augen auf nach dem perfekten Partner. Sie meinen auch zu wissen, was sie wollen. Sie wollen genau das, was die Filme und die Medien ihnen zeigt. Eine Person, mit der sie ihr Leben verbringen können, damit sie nicht alleine sein müssen. Aber die Frage, die sich Christen dabei stellen, darf ich auch jemanden heiraten, der nicht Christ ist? Was geht? Cory hier und heute möchte ich über das Thema reden. Darf ein Christ ein Nicht-Christ daten? Darf ich das? Für mich ist das ein persönliches Thema, ein Herzensthema, weil ich das in meinem Leben auch durchgemacht habe. Deshalb kann es sein, dass ich ab und zu ein bisschen ausschweife und aus meinem Leben erzähle. Ich habe auch schon ein Zeugnisvideo gemacht, in dem ich viele Sachen besprochen habe. Den Link könnt ihr natürlich wieder unten in der Beschreibung finden. Und am Ende dieses Videos werde ich nochmal meine Meinung, meine jetzige Meinung dazu äußern. Dieses Video ist natürlich ein Christen gerichtet. Die, die wirklich nach der Bibel leben, die Gott an erster Stelle haben wollen und befolgen wollen, was er möchte. Ich könnte zwar jetzt strikt Bibelstellen runterrattern. Ich könnte sagen Römer 3,23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Also Gott hat eigentlich einen Plan, er hat einen Weg, wie es richtig sein sollte und wir verfehlen ihm. Und das ist Sünde. Zielverfehlung. Also wenn ich jetzt nur Bibelstellen runterrattern würde, könnte ich noch sagen 1. Korinther 7,39, wir sollen uns nur in den Herrn verheiraten. Römer 12,2, wir sollen der Welt nicht gleich sein. 2. Korinther 6,14, zieht nicht in einem fremden Joch mit einem Ungläubigen. Und damit hätte ich auch schon einiges gesagt. Aber das hilft manchen nicht. Genau wie es mir nicht geholfen hat, einfach nur zu hören, Bibel sagt nein. Aber das ist sicherlich ein Start, wenn du gehorsam leben möchtest. Einfach nur zu wissen, was die Bibel sagt. Aber heute möchte ich doch lieber aus meinem Leben erzählen und euch mitnehmen, wie es mir mit dem Thema ergangen ist. In meinem Leben war es so, dass ich ziemlich früh Beziehungen hatte. Ich hatte immer eine Freundin, mit der ich zusammengekommen bin und dann halt Händchen halten, kuscheln, küssen. Und dann ist auch relativ früh das Thema Sex aufgekommen. Aber damals wusste ich natürlich, nee, nee, wollte ich nicht. Ich will natürlich zur Ehe warten. Ich konnte dir zwar damals nicht erklären, wieso, aber es war halt das Richtige und das wollte ich halt. Aber das Thema kam auf jeden Fall das erste Mal auf. Und dann wird es natürlich zur Normalität, dass du immer in Beziehungen bist, dass man die normalen Beziehungsdinger tut und dass man viel miteinander abhängt. Mein Dad hat mir immer gesagt, ja, sei dir aber sicher, dass du keine Kompromisse machst. Und ich natürlich, ja, mache ich nicht. Ich bete noch und bla, bla, bla. Aber später erst habe ich natürlich erkannt, so, doch, ich mache mega viele Kompromisse. Und sowas wie Sonntag im Bett liegen, statt aufzustehen, in den Gottesdienst zu gehen. Oder halt allgemein Dinge zu tun, die ich in meinem Kopf eigentlich, nee, das ist falsch. Diese Richtung möchte ich gar nicht gehen. Das möchte ich gar nicht machen. So Kompromisse, die man eingeht, die man aber meistens, also ich kann es jetzt nur sagen, im Nachhinein erkannt habe. Oh krass, ich habe so viele Kompromisse gemacht. Ich bin so weit von dem, von meiner Norm, von das, was ich eigentlich einhalten wollte, abgewichen. Weil es kommt der Punkt, wo man seinen Partner vor andere stellt. Vor die Gemeinde, vor Bibel, vor Familie. Und das ist natürlich in einem Ehekontext das Richtige. Zwar nicht vor Gott, aber vor der Familie. Eigentlich sollte ich noch ein allgemeines Video über Dating machen, dass du erstmal wissen musst, wer du bist, was du willst und das dann alles aus dem Fenster werfen, um das zu empfangen, was Gott von dir will. Aber wie gesagt, dafür muss ich mal ein anderes Video machen. Erinnert mich dran. Also, wieso ist es schlecht, mit Nichtchristen zusammenzukommen? In meinem Leben habe ich ja erzählt, obwohl ich wusste, dass ich Gottes Wille befolgen wollte, mehr oder weniger, war es für mich unmöglich, standhaft zu bleiben, wenn die andere Person, wenn mein Partner nicht dieselben Werte vertritt. Natürlich heißt es nicht, dass jetzt Christen direkt die perfekte Beziehung führen und keins dieser Kompromisse eingehen. Aber mit einer christlichen Person hast du wenigstens noch die Chance, dass ihr euch gegenseitig pusht, dass Gott euch beide segnet und dass ihr ein selbes Ziel habt, wo ihr hinzu zielt und dann Gott immer näher kommt. Und ich habe mir auch eingeredet und das werdet ihr sicherlich auch tun und euch jetzt ertappt fühlen. Ich habe Sachen gesagt, wie, sie ist doch voll offen, sie bringt mich nicht vom Glauben ab. Sie motiviert mich sogar, mehr im Glauben zu forschen. Ich gehe keine Kompromisse ein. Ich kann sie ja zum Glauben führen und am Ende sind wir beide auf Gottes Weg. Aber all diese Aussagen und all diese Gedanken sind genauso wie im Lotto gewinnen. Es gibt mal die eine oder andere Beziehung, die funktioniert mit einem Christen und Nichtchristen. Aber es ist niemals das, was Gott gewollt hat. Und wie gesagt, ich bin mir sicher, dass sich jemand ertappt fühlt und denkt, ich dachte, ich wäre der Einzige, der so denkt. Aber nein, genau so habe ich auch gedacht. Ich weiß natürlich, wie es sich anfühlt, verliebt zu sein, so richtig verliebt zu sein oder zu denken, hey, es gibt keine Christen da draußen, die so gut ist wie diese Person. Oder wenn ich jetzt nicht diese Person halte, dann werde ich alleine sterben. Und das denke ich dann wahrscheinlich im Alter von 18 oder noch so jung halt. Aber das ist wieder mal eine Lüge, die vom Teufel kommt und vom Teufel ganz bewusst benutzt wird, weil wir dieses Verlangen, weil wir diese Sehnsucht nach einem Partner haben. Also kommen wir zu Problemen, die aufkommen, wenn du trotzdem in so einer Beziehung lebst. Ein Problem in meinem Leben, was aufgetreten ist, ist Gott spielt keine Rolle mehr. Er ist zwar noch da, man betet vielleicht, aber es spielt keine große Rolle mehr. Und er ist vor allem nicht mehr an erster Stelle. Sachen, die damals noch No-Go war oder für mich gar nicht interessant waren, wurden auf einmal interessanter. Alkohol-Partys sind kein No-Go mehr. Obwohl ich wusste, dass ich nicht der Party-Mensch war oder auch nie viel Alkohol getrunken habe, wurde das langsam mehr und mehr. Nicht, dass ich jetzt ausgerastet bin, aber einfach nur zeigen, dass sich so Sachen langsam einschleichen. Ein Punkt ist, Gott ist nicht der Mittelpunkt in der Beziehung. Also man wächst nicht mehr im Glauben. Statt jetzt über die Welt zu philosophieren und im Glauben Fragen anzugehen, spricht man nur noch über belanglose Themen, weil das Thema Jesus ist ja kein interessantes Thema in der Beziehung. Ein weiteres Problem ist, Gebet, Bibelstudium oder Gottesdienstbesuche reduzieren sich. Heutzutage bete ich mit meiner Frau für jedes größere oder auch kleinere Thema in unserem Leben. Und ich kann teilen, was ich gerade in der Bibel neu herausgefunden habe und sie kann dasselbe mit mir tun. Wenn du aber eine Beziehung zu Gott alleine führst und dann auf der anderen Seite noch die Beziehung zu deinem Partner pflegen musst, dann leidet mindestens eine Beziehung darunter, denn so eine Beziehung braucht viel Aufmerksamkeit. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich weniger Bibel gelesen habe, weniger Bibelstudium, weniger zum Gottesdienst gegangen bin. Klar, es waren auch noch andere Faktoren, aber du hast ja auch niemanden, der dich pusht. Du hast ja niemanden, der dich unterstützt und sagt, hey, geh mal oder also so richtig aus deren Motivation. Es gab auch in meinem Leben so Beziehungen, wo die Person mitgekommen ist zum Gottesdienst, mit der Bibel gelesen habe, mit gebetet habe und ich gedacht habe, oh ja, sie kommt zum Glauben, sie macht alles mit und sowas. Aber wie gesagt, es ist wie den Jackpot zu gewinnen. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und wie gesagt, du musst dich dann auf zwei Sachen konzentrieren. Du musst dich erstmal konzentrieren an deinen Partner zu arbeiten, der Beziehung und sowas und dann an deine eigene persönliche Beziehung zu Gott. Und da wird immer irgendwas drunter leiden. Und bei mir war es dann wirklich so, dadurch, dass die Motivation von der anderen Seite nicht so war, ist es dann doch immer häufiger gewesen, dass man sonntags einfach im Bett liegt und nicht aufsteht und entspannt hat. Ein weiterer Punkt ist natürlich das ganze körperliche Thema. Händchen halten, küssen, kuscheln und letztendlich Sex. Das Körperliche verfälscht die rationale Wahrnehmung. In einer Ehe ist das ganze Körperliche dafür da, eine Beziehung zu binden, damit sie nicht wieder getrennt wird. Und bevor du dich entschieden hast, mit dieser Person bis zum Tod zusammen zu bleiben und trotzdem diese körperlichen Dinge eingehst, bindet sich die Beziehung immer und immer und immer und immer fester, ohne dass du überhaupt noch willst, mit dieser Person zusammen zu sein. Du weißt, hey, nee, es geht voll auseinander, aber dieses Körperliche baut so eine tiefe Bindung auf, dass es nicht mehr möglich ist, sich zu trennen. So war es bei mir in der Beziehung. So ich wusste zwar, als ich dann irgendwann doch irgendwie einen Wachruf bekommen habe von Gott, so hey, das ist nicht die Beziehung, die er für mich will und die ich auch selber für mich nicht will, aber ich konnte mich nicht mehr trennen. Man ist zu verliebt, man ist zu gebunden und das ist es. Man ist zu gebunden. Und deshalb ist es so schwer, auseinander zu gehen. So was war bei mir, dass ich Gott dann angefleht habe, aber hey, hilf doch irgendwie, dass diese Bindung, die wir uns jetzt aufgebaut haben oder die da entstanden ist, dass wir trotzdem uns trennen können, damit ich deinen Willen tun kann, damit ich Gottes Willen tun kann und das tun kann, was für mich auch am besten ist. Wie gesagt, wenn Gott gnädig ist, und das war er mit mir, hat er es geschafft, dann von der anderen Seite, also meine Partnerin zu der Zeit war einfach stark genug und hat gesagt, hey, wenn du wirklich deinen Glauben weitergeben willst und ich nicht halt, dann passt es einfach nicht und dann haben wir halt uns getrennt. Und das ist dann umso schmerzhafter, so mehr ihr eingegangen seid und jeder nimmt noch etwas von der anderen Person mit. Das ist wie so ein Pflaster, was du auf deinen haarigen Arm klebst und dann so abreißt und dann siehst du noch die Haare von deinem Arm. Genauso trägst du noch was von deinem letzten Partner mit dir, wenn du schon diese körperlichen Dinge eingegangen bist, bevor du überhaupt, also es geht ja nicht darum, bevor diese körperlichen Dinge binden dich an deinen Partner. Deshalb möchte Gott ja, dass wir das nur mit der Person machen, mit der wir auch bis zum Tod zusammenbleiben. Ein weiterer Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, hat den Titel, die Zukunft mit einem toten Menschen. Und in meiner Vergangenheit war es auch so, dass ich irgendwann erkannt habe, wenn die Person, mit der ich jetzt zusammen bin, nie an Jesus glauben wird, nie gerettet wird, dann weiß ich ja des Rest meines Lebens, dass diese Person nicht in die Ewigkeit kommt. Und ich durchgehend immer versuchen werde, diese Person zu überzeugen, was auch wieder die Beziehung schaden wird, weil die Person möchte ja nicht, die Person hat sich dagegen entschieden, aber du versuchst es, sie die ganze Zeit darauf zu drängen, hey, du musst aber gerettet werden, du musst aber gerettet werden, du musst an Jesus glauben, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst und daran leidet die Beziehung ja auch. Das Problem, was ich halt nicht gesehen habe, ist dieses langfristige, jetzt gerade in diesem Augenblick ist es schön, es fühlt sich schön an, ich bin verliebt, alles passt, alles ist super. Und das waren meine Beziehungen immer und deshalb war es auch immer so schwer, sich zu trennen, weil es waren gute weltliche Beziehungen, alles hat funktioniert, so mehr oder weniger. Aber dieser Gedanke zu wissen, ich werde jetzt die nächsten 30, 40, 50, 60 Jahre, wie auch immer, mit einer Person leben, die erstens gegen Gott ist, weil sie sich dagegen entschieden hat, nicht gerettet wird, das heißt, letztendlich in der Hölle landet, weil sie nicht die Gnade annimmt. Und dann mein ganzes Leben lang mit dieser Person zu verbringen und das zu sehen, das war für mich auch ein Punkt, wieso ich sagen konnte, hey, nein, ich muss mich von dieser Person trennen. Also, damit das Video nicht zu lang wird, noch meine persönliche Meinung zum Schluss, obwohl alles schon irgendwie meine persönliche Meinung war, bis auf die Bibel stellen, ganz am Anfang. Ich würde ganz streng davon abraten, jemanden zu daten, von dem du dir nicht super sicher bist, dass diese Person schon eine Beziehung zu Gott hat und gerettet ist. Ich würde es vollkommen ignorieren, wenn jemand sagt, ja, ja, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus, ich bin Christ. Ich würde es vollkommen ignorieren und wirklich selber nachforschen. Prüfe erst, ob diese Person wirklich Christ ist, wirklich Jesus nachfolgt, weil ich nichts Positives sehe, jemanden zu daten, der nicht gerettet ist. Und wie gesagt, ich sage nicht, dass Nicht-Christen keine tollen Menschen sind und wunderbar sind und hübsch sind und witzig sind und zu dir passen. Genauso sage ich auch nicht, dass alle Christen automatisch gute Menschen sind. Also es geht darum, wenn ihr Jesus als Fundament habt und wenn ihr ein gemeinsames Ziel habt, Jesus Christus und Gott die Ehre zu geben mit eurer Ehe, dann habt ihr einen festen Grund, ein festes Fundament, um eine göttliche Beziehung zu führen. Gebet, Segnungen, Gemeinschaft, ihr werdet von Gott geführt. Auf das alles verzichtest du, wenn du deinen eigenen Weg gehen möchtest, fernab von dem, was Gott möchte. Sünde. Themen, die aufkommen werden, wie geben wir unseren Teil in die Gemeinde. Kindererziehung. Gehen die Kinder jetzt sonntags in die Kirche oder gehen sie sonntags morgens zum Fußballspiel und ignorieren das alles? Darf unser Kind das? Darf unser Kind dies? Was ist da gut, wenn ihr zwei verschiedene Stränge habt, zwei verschiedene Wege geht? Du wirst Gebetszeiten haben, Gottesdienste, Hauskreise. Du wirst einen ganz anderen Wochenplan haben. Alles dreht sich natürlich in deinem Leben um den Gottesdienst. Aber für einen Nichtchristen ist das ja alles belanglos. Wie gesagt, ganz am Anfang wird dein Partner vielleicht mitmachen, Monate, vielleicht auch Jahre. Aber irgendwann kommt dieser Punkt, nee, das ist alles nichts für mich. Und dann wirst du nur Seite an Seite mit einer Person zusammenleben, die, wie du weißt, verloren ist. Werte, Ziele, Träume können auseinander gehen. Und was du dann letztendlich machst, ist Gott sagen, hey Gott, ich möchte mit jemandem zusammen sein, der dich nicht kennt, der dich nicht liebt, weil ich mag diese Person und ich entscheide mich, diese Beziehung zu führen, weil es mir eigentlich egal ist, was weise ist. Sondern ich fühle mich jetzt gerade so und deshalb gehe ich diese Beziehung ein. Ihr könnt niemals zusammen vor Gott treten, wenn ihr ein großes Problem habt. Ein Problem, wo ihr keinen Ausweg habt. Da könnt ihr nicht auf die übernatürliche Gnade Gottes hoffen. Es ist so wichtig, vorher zu entscheiden, ob diese Person die richtige ist. als erst in eine Beziehung reinzugehen, das ganze Körperliche anzufangen und dann irgendwann zu merken, hm, das ist doch nicht die richtige Person. Wir müssen es vorher wissen. Kommen wir zurück zur Bibel. 2. Korinther 6,14 Zieht nicht in einem Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht Gemeinschaft mit der Finsternis? Ihr seid zwei Menschen, die in unterschiedliche Richtungen gehen. Und das Problem ist, dass die eine Person weg von Gott geht und dass ihr, weil ihr diese Person nicht verlieren wollt, hinterher geht und letztendlich auch von Gott entfernt. So war es in meinem Leben. Klar, es gibt diesen einen 0,000000% ich weiß nicht, wie hoch es ist, ein Lotto zu gewinnen, die es auch schaffen, so eine Beziehung zu führen. Aber ich persönlich und ihr seid hier auf meinem Channel, würde es nicht empfehlen, das zu versuchen, sondern am Anfang stark zu sein, damit ihr, wenn ihr mal schwach seid, euch gegenseitig pushen könnt. Aber ja, das war es für heute. Ich hoffe, ihr konntet was daraus nehmen und ich möchte gerne eure Storys hören. Schreibt mir eure Storys, die um dieses Thema geht, unten in die Kommentare. Und wir sehen uns in der nächsten Woche. Bis dahin, Cory hier, ihr da. Alles klar. Was geht? Ich mache jetzt ein bisschen was anders, immer zum Schluss. Und zwar habe ich hier zwei Videos. Ein Video, mein Zeugnis, wovon ich hier geredet habe. Und hier ist das Video über die Bibelstunde, die ich die ganze Zeit halte. Markus, 12345-5000, seid dabei.